Hallo, ja ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Holler nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. Ist diese ganze Geschichte in Ordnung? Geht hier das Licht, die Kontrollleuchten erstmal, da sehen wir die grüne Kontrollleuchte, leuchtet das Licht, dann gucken wir mal, Hupe, geht auf, Fernlicht geht auf, die Kontrollleuchte ist auch an. Dann sehen wir hier wie warm es sei und so, wie viel Benzin ist noch drin, hier an der Seite. Diese Anzeichen funktionieren alle, die Anzeigen, das ist ganz wichtig, weil sonst müsst ihr euch krummärgern, bleibt stehen, weil kein Sprit mehr da ist und und und. Dann können wir mal sehen, Licht geht hier, Fernlicht geht auf, also, solle Sache, hier auch mal gucken, alles stabil, die Griffe sind nicht verlutscht, nicht abgebrochen und ähnliches. So, dann überprüfen wir die gleiche Geschichte hinten, das geht der Blinker, sehen wir, ist hier, geht auf der Seite, geht der Blinker, auf der anderen Seite, geht, auch mal dran rütteln, dass die fest sind, da wird auch gerne dran rumgebastelt. Dann gucken wir, geht das Bremslicht, geht, das ist schon mal gut. So, als nächster Schritt, ganz wichtige Geschichten. Wir haben hier zum Beispiel einen Hauptständer, schon mal super, weil nur auf den normalen Ständer kippt die Karre um, dann habt ihr Plastik kaputt, kostet richtig Geld. Ganz wichtige Geschichte. Dann gehen wir weiter, gucken einfach mal, ganz wichtig, Bremsscheibe, wie sieht die aus, die sieht noch verhältnismäßig gut aus. Das ist hier irgendwo Öl, vielleicht von den Stoßdämpfern, dass die kaputt sind. Können gleich auch mal gucken, Profil der Reifen, super. Dann eventuell hier an der Seite steht irgendwo so eine Nummer, da steht dann Monat und Datum drauf, wie alt der Reifen ist. Wichtig ist aber, dass ihr guckt, dass da keine Risse drin sind, dass das Profil genug ist. Das ist entscheidend. Das gleiche machen wir natürlich auch hinten. Gehen wir auch bei hier der Stoßdämpfer, gucken, ist hier irgendwelche Flüssigkeit, die eventuell ausläuft. Dann gucken, wieder hier, auch keine Flüssigkeit. Reifen sieht gut aus. Hier sieht der Reifen auch gut aus. Keine Risse, nichts. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Bremsscheibe, gucken wir uns hier nochmal an, da haben wir sie, sieht auch ordentlich aus. Hier auch kein Ölverlust vom Stoßdämpfer und, und, und. Also, schon mal im großen Ganzen nicht schlecht. So, also die Beleuchtung haben wir gescheckt, die Armaturen haben wir auch gescheckt. Jetzt ist ganz wichtig, wir gucken mal hier, Auspuff. Weiß ja jeder, wo der ist. Ist das der Originalauspuff? Da guckt er mal hier rein, ist da irgendwo untergeschraubt oder so ein Kram. Müsst euch eventuell auch mal hier drunter legen und nach unten gucken. Da könnt ihr gleich sehen, sind diese Schrauben, die wir hier überall haben, so wie hier, sieht man. Da ist noch nichts dran geschraubt worden. Hier auch. Ansonsten sind die blank, wenn die geschraubt worden sind. Da, dann wissen wir schon mal, dass der nicht so viel drum herum geschraubt hat. Fußrasten für den zweiten. Hier Fußrasten für den zweiten auch wichtig. Gucken. Die müssen fest sein. Nicht, dass er den verliert unterwegs. Ganz wichtig, hier diese ganzen Schläuche. Die müssen alle fest sein und müssen alle dicht sein. Weil das ist ein Unterdrucksystem. Und wenn da irgendwas nicht dicht ist, springt die Karre nicht mehr an oder läuft wie ein Bund Wurzeln. Wir achten dann noch auf solche Geschichten hier. Hier haben wir zum Beispiel einen Lackschaden, eine Schramme. Könnt ihr euch mal angucken. Das zeugt davon. Hier haben wir das auch noch mal. Wenn wir das jetzt hier vorne zum Beispiel auch noch hätten. Oder hier an der Griffe, dass ein Griff weggebrochen ist oder ähnlich ist. Dann können wir davon ausgehen, dass der Roller sich schon ein paar Mal auf die Seite gelegt hat. Und deswegen das natürlich auch. Bitte nachgucken. So liebe Leute, das war also diesmal der Check, wenn ich mir einen gebrauchten Roller kaufen will. Ganz wichtige Details habe ich euch hoffentlich gezeigt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zugesetzt. Achtet so ein bisschen da drauf. Weil wenn ihr erstmal so ein Ding gekauft habt, habt ihr die Asche hingelegt. Müsst ihr hier auch hart für Arbeiten. Dann habt ihr die Arschkarte. Ich kann nicht fahren, kriege so einen Hals. Die Schwuchtel werde noch wütend. Das bringt alles nichts. Also vorher angucken, wenn wir ein gutes Gefühl haben dabei, den Roller kaufen. Ansonsten nur kaufen für kleines Geld und wenn ich selber schrauben kann. Bis zum nächsten Mal. Euer Roller Rolf. Bis dann. Ciao. Ciao.